wir waren das das ding pflanz pflanzen auch wasser das ding das ding produziert einfach nur gas aus wasser und biomasse das produziert biomasse 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 das da macht strom aus biomasse wasser und zwar war das nicht abzocken war hier nicht wieder irgendwo wasser oder doch ein dingens jaha da geothermie werk so kommt eins dahin da kommt eins dahin super dass die mich als stein wir können ja auch einfach zwei nebeneinander stellen so kultivator kultivator erntestation und erntestation so und so das macht auch matsch oder schlamm produziert wasser 50 stück und wir brauchen 200 wasser ernsthaft produziert nur 50 ich brauch vier stück was spacken was zum alter wo ist meine energie hin das ist jetzt kaputt scheiße so wind currents are returning back to regular strength wind turbine power production is returning to nominal levels so 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 die Kreaturen kommen aus einer geringen Nähe. Wir müssen da und das wegschrauben. Es ist nicht wahr. Das war. Mensch, 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 Mensch. Dass man in dem Zeug aber so gar nicht laufen kann. We have power shortages. Connect more power plants. Reichen zwei. Kein Strom. Oh, ich geh kaputt. Kein Strom. Wir haben alle keinen Strom. Lass mich jetzt da durch. Gut, der hat noch kein Wasser. So. So. Hier drüben wollten wir Strom. Ganz viel Strom brauchen wir nämlich. Ja, kann ich alles voll pflastern. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Hauptsache irgendwas hat mir grad eine Million Strom gekostet. So. 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 Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. 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 Abfackeln. Geh. 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 Blatt nu. Wir lieben Bodenplatten. So. Geh. Deine. Geh. 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 man wenigstens wo man plätze zum bauen aber warum zum teufel geht das nicht kaputt so alle tot geil ich habe ja hier auch noch basis witzig gar nicht gesehen ist mir überhaupt nicht aufgefallen scheiße daneben geschossen nein glaube ich nicht scheiße wo kommen die denn her ist nicht wahr ich habe schon wieder so ein stein geweckt bleib liegen komplett ich wieder hin habe gesagt klicken wird auch so also wenn man einmal der mauer vergisst ja wir haben kein strom das ist das einzige was den ganzen tag hersteller strom 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 was haben sie die letzte woche hergestellt auch nur strom 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 ganz viel strom 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 str für mich eingebaut eine mauer reicht nämlich nicht über zwei und vorsichtshalber tür dahin teleporter damit ich auch direkt hinkommen und überall waffen ganz viele waffen nicht dass die scheißdinger nochmal auf die idee kommen mich anzugreifen spinn jawohl und hier fehlt auch stück bauer wir haben kein strom man Oh, oh. So. Ich werde das Ding upgraden. Ja, kein Titan. Also, das produziert Schlamm. Ich brauche keine Sau. Hm. Also, wir haben nur 200 Blätter. Warum? Ich habe hier einen Kultivator gebaut. Irgendwo. Ja gut, ein Hör. Ich habe hier eingebaut. Da. Ah, warte mal. Hä? Ja, okay. Was? Sag bloß, das geht nicht wegen den. Ich die abreißen. Ne. Ah ey, das ist ja geil. Geil. Oh, ist ja cool. Man kann die Bodenplatten abbeißen. Ist ja geil. Ist ja geil. Ja. So groß ist der Kreis und der da ist. Ist ja super dicht gepflanzt werden. Aber wie viel? 1,6 die Sekunde. Baut er ab. Achso. Das Verhältnis ist 1 zu 1. Naja. Das hätten wir ja mal sagen können. Stellen wir heute noch einen hin. Und zwar, äh. Ja. Da. So. Leckt das da? Oder ist es jetzt kaputt? Okay. The iron storm has started. All sensors are down. A lot of our equipment has been disabled. We have to wait until the storm passes. Also. Ich könnte ja die 6 Turbinen auch mal abreißen. Und woanders hinstellen. Die zentrale Sparks sind von einem nahen horn. Die Flüsse gehören von einem nahen Fenster. Die Flüsse hat sich kurz aufgefahren. Die Flüsse ist zurück in den normalen. Ok. Super Gespräch. Heuu. und werden wir sechs stück erst mal irgendwo anders hinstellen aber trotzdem brauchen wir sechs stück schauen wir jetzt hin wir haben doch keinen platz hier warte hat man sich irgendwo platz geschafft irgendwo hier sechs stück sieht ja irgendwie nicht so aus ich habe keinen platz für sechs so eine windturbinen ist jetzt nicht er stellt doch warte mal wir brauchen wasser und wasser macht er aus macht schon das schlamm produktion match matchwürze 100 unendlich viel 100 match auch der roding dann haben wir schon mal 100 wasser ein kultivator produziert 150 dann kann ich mit den beiden mal einen ganzen kreis und zwar genau hier und da das verhältnis 1 zu 1 ist kein strom das verfickte hauptthema kein strom so jetzt müssen wir meine schön verlegten bodenplatten entfernen so wie weit auch da ist noch einer so scheiße hier klappen können so das heißt die da oben müssen weg die 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 an teil von der da soo 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 a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest soo dann können wir das rohr das war mal lieber so Ja, jetzt höre ich wieder drauf die Schossen. Also. Drei. Können wir den eigentlich schon upgrade? Achso. Cool. Dann gehen wir auch mal gucken. Können wir die upgrade? Nee, die können wir noch nicht upgrade. Und die da? Auch nicht. Also, dann gehen wir hoch zu dem anderen Kultiver. Der ist, hat schon wieder kein irgendwelchen Teleporter. Und hier der Teleporter ist nicht sonderlich nah. Dann stellen wir mal am besten hier noch einen hin. Ähm. Wo ist er denn? Da. So. Hier. Upgrade, 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 Upgrade. So. Stellen wir hier jetzt noch einen Teleporter ein Stück weiter hier oben. Hier. Da. Hier stellen wir noch einen Teleporter ein. Ach nee. So. hier Teleporter. So. Jetzt da unten. Ja, noch stärker. Verteidigung. Hö, hö, hö. So, das Kobold ist aufgeraucht. Wir haben da noch ein bisschen, aber das ist da. Flüssige Rohstoffe. Ja, welche waren das? Oh, Radar. Oh, Entschuldigung. Forschungsstation. Erntestation. Ja, jetzt kann ich das war ja klar. Jetzt kann ich das Wasser auf einmal aufwerfen. Ja, ja, klar. Wo waren das? Und irgendwo hier unten war das. Oh. So, hier war das. Oh, da muss ich ja auch... Oh, da muss ich ja auch... Und da ist ein Anderer. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist keine Mauer. Das ist jetzt aber eher nicht so... Oh. Danger! Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle! Warning! A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Base is under attack. A building has been destroyed. One of the main creatures has been destroyed. There is a breach in our walls. Oh, ich habe hier nichts. Ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich da. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Die sind einfach gewaltig stark, diese Viecher. Wieso war es? Oh, ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Warum sind das jetzt auch von der Elektrosteine? Meine Fresse. So. Äh, was? Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Ach nee, was habe ich nun? A new technology has been developed. New buildings have been developed. What have I done done? Da muss Flammenturm hin. So. Ah, jetzt also. So. Jetzt hier unten schnell. Ein paar Türmchen hin bauen. So. Scheiße. Oh nee. Mensch Kinder, ich habe auch keinen Platz. Jetzt. Oh, es regnet. Uh. Oh. So. Jetzt müssen wir hier wieder ein paar Türchen rein bauen. Da eine. Da eine. Lass mich durch. Lass mich durch. So. Hier eine. Ja, das müsste eigentlich okay sein. So. Flammenwerfer. 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 Da ist ein Flammenwerfer. Da noch einen hin. So. Da. Da. Ein paar Luftabwehrgeschütze. Flammenwerfer. Ja. 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 Ich habe hier keinen Strom. Hä. Weil wir nie Strom haben. Wir brauchen schon Strom. So. Jetzt. Äh. Da. Also 400 Prozent Wind. So. Habe hier eigentlich auch Energiespeicher? Sieht ja nicht so aus. da war ein paar und ja nicht viele was hier passiert hier wurden wir einfach angegriffen katastrophe so haben wir flammen werfer so strom jetzt habe ich mich eingebaut ich glaube es nicht also reparieren upgraden hier waren wir noch nicht mit dem upgraden zumindest für die speicher so hier sind auch noch welche so 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 und dann können wir jetzt hier lang gehen da lang gehen so 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 hier